Sonnenfinsternis über Europa Ein außergewöhnliches Himmelsspektakel spielte sich heute Vormittag über Europa ab. Von etwa 9.30 Uhr an schiebte sich in Deutschland der dunkle Neumond teilweise vor die Sonne. Hier Bilder aus Berlin-Lichtenberg. Dann genießen wir noch ein wenig die Sonnenfinsternis. Sonnenfinsternis über Europa Ein außergewöhnliches Himmelsspektakel spielte sich heute Vormittag über Europa ab. Von etwa 9.30 Uhr an schiebte sich in Deutschland der dunkle Neumond teilweise vor die Sonne. Hier Bilder aus Berlin-Lichtenberg. Dann genießen wir noch ein wenig die Sonnenfinsternis. Dann genießen wir noch ein wenig die Sonnenfinsternis. Vielen Dank.